Musik Einer der Bauhausmeister, Georg Moche, stammt aus Querfurt. Bisher weist nur eine kleine Gedenktafel an seinem Geburtshaus in der Professor-Vogt-Straße auf den Maler und Grafiker hin, der als Nicht-Architekt trotzdem 1920 an das Bauhaus zu Weimar berufen wurde. Für die erste Bauhausausstellung drei Jahre später entwarf er ein Musterhaus, das Haus am Horn. Ute Ackermann von der Klassikstiftung Weimar erläutert das Besondere des Gebäudes. Als Leiter der Weberei ein Haus zu entwerfen, war ganz im Sinne des Bauhauses, denn Kunst und Handwerk sollen eins werden. So ist das Haus am Horn Beispiel für modernes Bauen und für die Umsetzung seines eigenen Lebensentwurfs. Und seit 1996 Weltkulturerbe. Das 100-jährige Bauhausjubiläum nahm der Stadtrat von Querfurt zum Anlass, einen Beschluss zu fassen, eine Straße nach Georg Moche zu benennen. Das 100-jährige Bauhausjubiläum nahm der Stadtrat von Querfurt zum Anlass, eine Straße nach Georg Moche zu benennen. Das 100-jährige Bauhausjubiläum nahm der Stadtrat von Querfurt zum Anlass. Das 100-jährige Bauhausjubiläum nahm der Stadtrat von Querfurt zum Anlass. Vielen Dank.